verdammte scheiße hier ist gta 3 ja und herzlich willkommen wieder bei gta 3 so jetzt steig ich mal wieder ein ich muss mich mal langsam oder mit der steuerung traut man so die mission machen wir jetzt mal noch mal immer letztes mal gescheitert haben ich habe nicht mein eigenes let's play noch mal nachguckt was ich da falsch gemacht habe aus fehler lernt man ja so jetzt muss man wie eine karte der schießt hier oben und die polizei ihr möchtet mich abarschen leck mich doch ey ne 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 das starte ich noch mal neu das gibt's doch gar nicht ja und so herzlich willkommen da müssen wir mal die eine karte finden weil das wichtig ist steigt mal rein das taxi so fahren wir mal hier hoch guck mal ähm diesmal stehe ich nicht hier da ist er ja das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht würde mich eigentlich verarschen das ist nicht so leicht hier die karte zu kriegen so jetzt gehe ich durch die stadt nirgendwo die city naja diese arschlöcher die können sie auch nicht mal lassen hören mich irgendwie so leise an aber es ist auch besser mit der anderen ich mich nicht heilen mit meiner stimme ein bisschen höher so dann machen wir erstmal eine stunde aufnahme weil ich war die ganze nacht wach ich musste erstmal ein bisschen schlafen habe ich mal gedacht ach ich will mal was probieren ja ich habe gehört man der mond wird größer wenn man den ah das wollte ich jetzt nur wissen der mond wird größer wenn ich ihn anschieße und wenn ich ihn wieder kleiner so äh wir stellen wir uns hier das kennen wir ja schon ne ich weiß was ich machen muss so jetzt fahren wir mal wieder zurück und drehen den Pappsack auf den Arsch das ist so viel kann ich mir erstmal versprechen so in voller Karabung fahren wir jetzt los oh der Wagen hört sich wieder so geil an schöner Wagen scheiße so drüben sehe ich schon mal das Parkhaus so jetzt fahre ich voller Gracho oder voller Spark-Wars hoch so mal gucken wir mal das nächste und die Tür ist schon kaputt ja das nenne ich mal ja das nenne ich mal so jetzt muss ich aber aufpassen so so jetzt fahre ich jetzt voller rum das kann doch ne das kann doch ne das kann doch ne das kann doch ne war sein alter warum die Mission hat sich enden sich ne ich geh nochmal speichern ja gut 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 mal laden laden so so haben wir die Polizei los und der Bull äh muss auch mein Auto ja der Wagen ist weg jetzt renne ich mal hoch jetzt muss man wieder eine Mission abholen wieder ey ich hab wieder keine Lust ich hab wieder keine Lust da hinten ist das Auto so das ist jetzt mein Auto so aber schnell weg hier Car hat ja höchstgeschwindigkeit jetzt mich doch verarschen noch zwei andere Car und ich gehen wir in den extra Verbiet hier äh ne 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 wie soll denn das in Weiss City ablaufen jetzt mach ich schon wieder diese scheiß Mission die hat es ja echt in sich ne so da kommt schon wieder ne limo limo 7 wollte ich sagen ne so es kann doch nicht was sein ey ich mit mir eine Fahrerei ich es gibt es nicht ey es ist heute nicht mein Tag es ist heute nicht mein Tag ein Part verschwindet umsonst naja dafür möchte ich aber trotzdem geile Parts zu sehen warum schieße ich denn jetzt ich wollte rennen so ihr Spinner gebt mal ein Auto hin hey zwei Polizei Car sind da so Taxi jetzt fahr ich nochmal hin so jetzt nehme ich die Seite so schnell aus dem Gebiet hier raus und diesmal fahre ich mal ein bisschen lockerer mal eine Fresse ey nächster Versuch das kann doch wohl nicht wahr sein bei der ist ja eine Mission als hänge ey ich weiß nicht was ich falsch mache so naja jetzt fahr ich hier extra mal vorbei so jetzt fahr ich hier lang so jetzt stehe ich aus der Bull kann warten hoffentlich ist der Wagen weg krieg ich ja einen Rappel hier so das kennen wir ja schon gut so es wird voller Karaffe auf gehts weiter jetzt mit irgendwelcher schöner Musik muss mich hier rein konzentrieren mal nicht vor das Taxi fahren so da hinten ist er Alter diese Mission ey das ist ja schon bestimmt das sechste Mal jetzt der Versuch schleiche ich mich mal von hinten mit an da hinten also nach hin bis hin